Und hopp, hopp, schade ich dachte man könnte Bullen reiten, hey ho, herzlich willkommen zu Minecraft Wahnsinn, mit mir dem Vorbuddler, schön, dass du eingeschaltet hast. Jawohl, ich muss mich auch direkt an die Arbeit machen, wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, während ich hier draußen mal eben nach meinen Tieren gesehen habe. Äh, zunächst brauche ich mal Holz, und noch mehr Holz, und noch mehr Holz, okay, und ich glaube noch einen, huch, hey Otto, was machst du denn da, dann möchte ich nämlich gerne hier meine Farm etwas mehr befestigen, ist eingefallen, ich bin mir einfach nicht mehr sicher, ob die Kühe, äh, hier nicht auch mal über die Reling springen, ne, es geht ja da runter, ne, doch, sie ist weg, Sitter, ja, du blöde Kuh, im wahrsten Sinne des Wortes, man, jetzt wollte ich hier gerade einen Zaun hinbauen, was hast du jetzt davon, so, aber jetzt doch mal eben an das Projekt Gartenzaun, behalte ich jetzt hier nicht mit den Kürbissen auf, das ist doch völlig unwichtig. Man könnte vorher noch mal ein bisschen, äh, Liebe machen, Nachwuchs zeugen. Geht da weg, geht da weg, ja, oh, gut, du musst auch dran glauben, du willst es nicht anders. ja, jetzt kommst du wieder an, ne, ja, von wegen. So, haben wir noch welche, ohne Fahrschein? Ja, mach mal mal, schöne kleine Babyküken. Oh, Entschuldigung. So, bleibt schön drin, bleibt schön drin, sonst ergeht es euch auch wie dem hier. Natürlich auslesen, kann man dazu nur sagen. So, was war jetzt dran? Ein Zaun, richtig, jetzt brauche ich einen Zaun. Und los geht's. So, dann haben wir mal Ruhe. Boah, das fiel mir noch irgendwie zwischendurch mal ein. Ich habe ganz andere Dinge getan. Ja, ich war ganz woanders und da fiel mir einfach irgendwie, was mit den Kühen hast du vergessen. Da stimmt noch irgendwas nicht. Hier auch irgendwie, ja, ich kann die natürlich auch alle anbinden, das ist auch eine Sache. Aber so viele Leinen habe ich auch gar nicht. Hier kommen wieder Gartentore hin und dann hat sich das. Zwei Stück und dann baue ich da noch eine Treppe hin, runter zum Strand. Wupps, so geht man auf Seite, so. Dann kann hier nämlich nichts mehr passieren. Ich wollte hier eine Treppe hinbauen. Schwupp. Und zwar, das Zeug kann hier erstmal wieder weg, das muss alles erstmal weg, ja. Und zwar kippen wir das hier etwas auf und dann bauen wir da eine schöne Treppe hin. Schnaub. Nämlich so. Den Hintergrund fülle ich aber lieber mal auf. Denn ich möchte euch nachher noch die Kathedrale zeigen, also diesen großen Raum, den ich im Keller gebuddelt habe, wo ihr euch wahrscheinlich noch nicht viel darunter vorstellen könnt. Ich auch nicht. Naja, aber da kann ich euch zumindest schon mal einige Ideen zeigen und vielleicht noch ein bisschen weitermachen. Das ein bisschen in die Gänge kriegen. So, und jetzt habe ich hier doch letztes Mal schon diesen wunderbaren Boden aufgekippt. Auf unseren künstlichen Strand. So habe ich mir das vorgestellt. Schaut mal. So. Dann braucht man auch nicht so viel Sand. Das reicht gerade eben. Komm, hier können wir das auch noch halbwegs. Och, das kann eigentlich schon so bleiben. Vielleicht ballern wir das hier noch kurz rein. Also ein kleines Becken da, warum nicht? Jetzt haben wir das Problem, wie mache ich das mit dem, dass die hier noch stehen bleiben, ne? So, dann pflanzen wir wieder einige ein. Dann kann das wieder wachsen. Hier so als Sichtschutz. Dann können wir hier auch mal so nackig rumrennen und so. Guckt keiner von außen rein. So, ist das jetzt okay, Hip? Ich habe fast auch noch was hin. Ja, so ist gut. So ist gut. Die Ecke verschöner ich kurz. Und dann bringen wir mal das Zeugs weg. Natürlich eine Kleinigkeit noch vorher. Eine Kleinigkeit, eine klitzekleine Kleinigkeit. So, jetzt ist aber gut. Jetzt ist aber gut. So, Tor zu. Und dann brauchen wir etwas Getreide. Mache ich direkt mal ordentlich, wie es jetzt gehört hier. Richtige Werkzeuge benutzt. Sonst beschweren sich alle. Gar keine Ahnung von Minecraft. Was ist denn das für ein Typ? Der kann doch nicht mal das richtige Werkzeug benutzen. Ich mag das, wenn das so durcheinander ist, das Feld. So verschiedene Höhen hat alles und Wachstumsstadien. Ich finde das irgendwie bei so einem kleinen Feld schön. Klar, wenn man jetzt mal richtig viel braucht und man legt so eine richtige Farmanlage an. Dann macht das keinen Sinn. Dann möchte man, dass das alles gleichmäßig schnell wächst. Aber in unserem kleinen Rahmen hier, finde ich das genau richtig. Dann machen wir die Kürbisse mit. So, und dann geben wir noch unseren Kühen ein wenig Stimulation. Hier, komm, Viagra Kraut. Und, ja, das ging ja hoppla hopp. Du möchtest auch was davon haben? Ja gut, dann gebe ich dir auch was. Toll, wirst du da schneller erwachsen. Hör mal, ich verfütter doch jetzt nicht alles an dich. Was willst du dir? Einge weg. Geh weg. Äh, geh weg. Ah, ich bin gerade am Glasschmelzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie so Glasscheiben oder so richtig so hergestellt werden. So Fenster und sowas. Ich weiß nur, wie man so Trinkgläser und so schöne Gläser, wie man das macht. Ich war nämlich mal in Venedig und da ist das ja wirklich gang und gäbe. Da findet man hier in der Ecke so eine Glasbläserei. Das ist allerdings äußerst lange her. Wahnsinnige Jahrzehnte schon her. Und, äh, trotzdem kann ich mich da noch erinnern. Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So, ja, seht ihr, ein bisschen Glas habe ich noch im Angebot. Da wollte ich am Tunnel eventuell noch etwas verschönern. Das, was ich da eingebaut habe am blauen Glas, das ist dann doch ein bisschen zu wenig. Das hätte man sich dann auch sparen können, wenn man das so macht. Schau mal eben, habe ich alles so ungefähr im Angebot. Ja, die könnte man noch, die, die Futtersachen, die könnte man noch mal in den Ofen schmeißen. Dann kann das schön, oh, keine Kohle mehr drin. Ach du meine Güte. Peinlich, peinlich. So, brenn mal eben das Chicken. Und dann auch noch Steakchen. Hey, das geht ja schnell. So, jetzt ab in die Kathedrale. Die Kathedrale, warum nenne ich die bloß so? Ich weiß auch nicht, warum ich die so nenne, weil ich so, ja, hohe Kathedrale irgendwie im Kopf habe. Ihr seht das schon so ein bisschen. Es ist noch gar nicht schlecht, von oben mal zu gucken. Also ich habe jetzt hier diesen riesengroßen Kasten ausgebuddelt. Und das ist natürlich noch keine Schönheit. Es ist jetzt die Frage, was ich damit mache und wie ich den gestalte. Hier noch verschiedene Stellen mal. Da hatte ich dann gedacht, da wäre irgendwas. Da hinten ist aber alles massiv scheinbar ringsherum. Ich glaube, nach unten und da oben könnte auch noch... Weil ich höre immer noch... Zombies, die kommen immer noch hier über unseren alten Weg. Habe ich da drüben und alles abgeklöppelt. Dass die da oben nicht immer so spawnen. Und hier ist alles hell genug. So, aber... Was habe ich jetzt mit diesem Raum vor? Der soll natürlich jetzt mal schöner gemacht werden. Und das erste, was ich dachte, ist natürlich die Ecken mal verkleiden, sodass die nicht mehr so eckig aussehen. Sondern... Also unter uns muss was sein. Ganz klar. Ganz klar. Ich schaue da... Es lässt mir keine Ruhe, Leute. Ah! Das ist doch ein Hammer jetzt. Wie? Hier ist ja direkt ein Raum. Was ein Zufall. Es ist ja super. Klappt wenigstens mal was, wenn man aufnimmt. Solche Sachen passieren meistens immer, wenn die Kamera nicht läuft. Ja, okay. Dann wissen wir Bescheid. Da gucke ich gleich mal da rein und kläre das mal. Ja, ich wollte erst mal die Ecken vielleicht so abrunden mit so einem anderen Material natürlich. Sollen jetzt solche großen Säulen bis oben hin. Und auch davor, vor diesen Dingern, habe ich die denn... Mit der stimmt ja irgendwas nicht. Seht ihr? Ah! Muss ich die mal eben anders machen. Das war irgendwie mein erstes Modell hier. Ich habe in jeder Ecke was anderes probiert. Hier war Kohle. Ja gut, jetzt schlage ich mal hier. Das war auch nur eine Idee von mir, dass ich diese natürlichen Vorkommen von anderen Steinen hier... Da hinten Diorit, ne? I'm a man on the silver mountain. Ja, und das Dio-Gedächtnis-Denkmal, das müssen wir auch noch machen. So, und hier das Zeug alles rausschlagen, aber dann den Boden nicht so gleich, sondern praktisch so als Erinnerung an diese natürlichen Vorkommen. Da so andere Materialien einsetzen an diese Stellen. Und vielleicht den Grundboden als Koppelstein mal sehen. Da muss ich noch viel mit experimentieren. Hier soll auch viel Steinziegel hin. Ah ja, da war ich stehen geblieben. Hier soll dann immer noch so eine Säule davor stehen und vielleicht sogar noch mittig irgendeine Säule, sodass hier so mehrere Säulen nach oben ragen. Und dann ist der Raum auch schon gar nicht mehr so groß und so langweilig. Nun habe ich jetzt nur viel zu craften. Ich denke mal, wir machen mal ein bisschen und dann gucken wir uns mal wenigstens so eine Säule an. Dazu muss ich jetzt allerdings erst einmal nochmal hochrennen und Steinziegel herstellen und noch Diorit. Amnesit oder was ist Anthrazit? Anthrazit, keine Ahnung, wie das alles heißt. Amnesit, nee. Dynamit, auch nicht. Ach. Ja, wird höchste Zeit, dass ich mich unten mal eine Kiste hinstelle und eine Werkbank und sowas. Das mache ich ja. Die Kiste ist noch irgendwo, warum habe ich noch eine Kiste? Ach, da oben. Und seht mal, diese fliegenden Blöcke jetzt, die alle so übrig geblieben sind, die finde ich eigentlich richtig lustig. Nicht so als Beleuchtungsidee. Das ganze Raum, der soll ja so, das ganze Raum, ja, der soll ja ein bisschen kultig sein. Und ja, daher auch dieses, ihr seht auch, dieses ist natürlicher Wasserfall hier. Den habe ich jetzt einfach gelassen. Der steht lustigerweise jetzt leider nicht in der Mitte. Okay. Oder habe ich den Raum doch schief gebaut? Kann das sein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, ist richtig. Habe ich richtig gemessen, habe ich noch gar nicht nachgezählt. Das ist aber wirklich auch richtig ausgemessen. Jetzt mache ich mir die Säule hier. Da soll erstmal unten ein schöner Sockel. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Vielleicht jetzt ein, das ist ja doch recht hoch, da können wir ruhig ein bisschen klotzen hier. Hervorragend. Und jetzt mache ich mal eine Schicht von diesem Granit. Und jetzt kommt der Steinsiegel da drauf. Und der Rest soll auch jetzt Steinsiegel werden. Höh. Ja, das ging schnell, ne? Ich dachte, das wäre Zeitraffer gewesen. Nein, ich kann das wirklich so schnell. Einmal runtergefallen. Nichts passiert. Alles klar. So, wie sieht es denn aus? Ah, cool, 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 cool. Ja, das wird fett. Das wird fett. Wenn jetzt die anderen Wände, die Seiten auch noch so sind, die anderen Ecken. Das ist schon zu gebrauchen. Und ich habe jetzt so ziemlich genau zwei Steinsiegel verbraucht für eine Säule. Gut zu wissen. Dann brauche ich also noch sechs Stecks. Erstmal für diese Ecken. Und dann könnte man hier das noch weiterziehen. So die Muster. Oder was ganz Verrücktes einbauen. Noch verschiedene Sachen. Ja, 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 ja. Ich kann mir das schon einiges wieder vorstellen. Also ihr glaubt das ja nie, was ich mir immer alles vorstellen kann. Aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und hier hinten diese Säule. Wartet mal. Diese einzelstehenden Säulen würde ich auch halt in diesem Dreieck hier anlegen. Okay. Weil das macht sich dann sehr gut. Guck mal, das sieht man ja gar nicht, wenn man hier so lang läuft. Dann denkt man, das ist schon eine fette, eckige Säule. Aber hier möchte ich gerne noch durchlaufen können. Oben macht das dann so einen Bogen am besten. So hin und her am besten. Ja, richtig. Erst dachte ich diagonal. Aber ich glaub, das ist ein bisschen... Das sieht immer so ein bisschen schräg aus. Ist ja auch schräg. Diagonal, ja. Aber in Minecraft versteht ihr. Ah, ich weiß schon, wie ich das mach. Ich weiß schon, wie ich das mach. Aber jetzt sind wir endlich mal dran hier. Mal da unten zu klären, was da los ist. Lass uns mal ein paar Vitamine essen. So, schauen wir doch mal. Mal ganz gepflegt nach, wer sich hier rumtreibt. Ja, ist da wirklich noch eine Höhle hier unten. Boah, was cool. Moment, da hätte ich aber gerne mal einen Ausgang, einen Fluchtweg. Das ist ja genau das, was ich brauche in meinem Keller. Kinders. Na, ihr zwei? Hab ich euch gestört hier? Ja, leider geht's hier wieder nicht weiter. Aber... Ist ja gut. Ich hau hier schon wieder ab. Aber hier können wir schon was draus machen. Ganz sicher. So, war da hell genug? Ja, da brauch ich da keine Angst mehr haben. Bin mir sicher, es gibt hier noch mehr von diesen Höhlenwegen. Äh, irgendwie in der, in der näheren Umgebung. Ja, pass auf, Leute. Ich glaube, ich hab euch jetzt mal richtig schön auf Trab gebracht. Und ihr seid gespannt. Und was ich hier noch mache, ihr wisst ja, was ich hier mache, aber damit ist der Raum natürlich, äh, noch lange nicht fertig. Ist klar. Auch wie ich den ausstatte und, und, und sonst was, was, was das mit dieser geheimnisvollen Sandsäule auf sich hat, ne? Gar keine. Die kann auch langsam weg. Aber ich finde, hier inzwischen hab ich mich dran gewöhnt. Lass sie jetzt ausstehen. Ist auch so ein Denkmal. So. Kinders, es hat mal wieder viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch geht's genauso. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Äh, für euch kann ich jetzt nicht reden. Das könnt ihr nur selber entscheiden. Wenn ja, dann bitte ich euch doch, haut auf den Like-Button, ne? Und falls ihr neu wisst, abonniere auch so den Kanal. Herrlich. Schöne Gegend hier. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber. Habt noch viel Spaß. Und lasst euch keine Angst sein, Jagen. Entscheхung. knowinen. Dann verabschiede ich mich. Und lasst euch ein, r schoenvielu. Lasst uns wiederseen.